Dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. Zwei bis fünf Tage frei. Eine neue Folge Blau-Weiß-Interviewed. Wir begrüßen Jürgen Jasula bei uns. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und schön, dass du es einrichten konntest. Gerne. Mit 35 Jahren bist du aktuell der erfahrenste Spieler bei uns im Kader. Frage vorweg, wie geht es dir? Wie bist du aktuell drauf? Ich fühle mich gut, trotz des Alters. Ich fühle mich fit und habe zurzeit auch keine körperlichen Probleme und bin froh darüber. Wir nehmen dich ja immer als sehr professionellen Spieler wahr. Das heißt, wir sehen dich ja öfter bei der Vorbereitung, vorm Training, vorm Spiel, auch bei der Nachbereitung. Wann fing es bei dir an, dass du da so professionell rangehst und dich so sehr um deinen Körper kümmerst? Ja, ich muss sagen, am Anfang der Karriere habe ich das nicht so gemacht. Das war man halt noch jung und hat man es, sage ich mal, vielleicht nicht besser gewusst. Aber ja, in den letzten Jahren habe ich eigentlich auch damit angefangen, mich auch mehr mit meinem Körper zu beschäftigen, auch was Ernährung angeht oder auch, ja, sage ich mal, diese Spielvorbereitung oder auch unter der Woche auch extra was zu machen, weil dein Körper ist nun mal dein Kapital. Und vor allem dann, wenn es, sage ich mal, ab 30, Ü30 wird, dann ist es natürlich umso wichtiger, auch seinen Körper zu pflegen. Bevor wir thematisch weiter einsteigen, nimm uns noch einmal mit in deine Kindheit. Wir hatten dich ja schon mal bei Blauweiß interviewt, bloß ohne Kamera. Da hattest du schon erzählt, du bist in Freiburg-Weingarten aufgewachsen mit deiner Familie. Bis dahin war es allerdings ein schwerer Weg. Ja, ihr seid ja aus Albanien nach Deutschland geflüchtet damals als Familie. Nimm uns noch mal kurz mit in diese Zeit. Genau, ich bin ja in Albanien geboren, 1985 und damals war halt auch, ja, Diktatur bei uns. Das heißt, es durfte auch niemand raus aus Albanien und auch niemand rein. Und dann 1990 war, ist das erste Mal die Möglichkeit entstanden, sozusagen zu flüchten aus Albanien. Und das haben halt, ja, meine Eltern dann so wahrgenommen und wollten halt für uns Kinder, damals gab es nur mich und meinen Bruder, der war sechs Monate alt, also nur ein kleines Baby, ja, um uns bessere Möglichkeiten anzubieten, sag ich mal, für unsere Zukunft. Und ja, im Nachhinein sind wir alle froh, dass es so gut geklappt hat, sag ich mal. Wir sind dann, wie gesagt, aus Albanien, ich glaube, es ging über Italien, dann nach Deutschland mit dem Zug, soweit ich mich, also ich habe es halt nur von meinen Eltern gehört, ne. Ich kann mich an damals gar nicht mehr erinnern. Und dann waren wir halt direkt in Freiburg, sind da auch so hängen geblieben, sag ich mal. Meine Eltern haben sich da wohl gefühlt und dann bin ich halt da aufgewachsen, in Freiburg-Weingarten, genau. Und in Freiburg hast du natürlich auch die ersten Berührungspunkte mit dem Fußball an sich gehabt. Da hast du uns erzählt, das ging früher auf dem Ascheplatz sehr heiß zur Sache. Erzähl doch mal, wie ging es da so ab vor dem Block? Ja, wir haben damals halt in einem Hochhaus gewohnt, ne. Das heißt, da waren auch viele ausländische Familien, ja, international, von allen Nationalitäten. Und da haben sich die Kinder halt immer dann unten auf diesem Bolzplatz getroffen und haben ja auch oft drum gespielt, so wer spielen darf auf dem Bolzplatz, weil natürlich für alle auch nicht so Platz waren. Klar, die Älteren wollten dann immer natürlich, ja, den Platz benutzen. Und ja, da ging es auch schon damals zur Sache von Spielen, wo man irgendwie Arschabschießen macht und so weiter und so fort. Und hat Spaß gemacht, klar, als Kind, ja, du liebst es einfach zu spielen mit den anderen Kindern. Und dann, daraufhin bin ich dann halt auch zum Verein gewechselt, weil meine Freunde damals schon im Verein waren. Ich habe dann meine Eltern gefragt und die haben mir das erlaubt. Und dann bin ich zum ersten Mal, PSV Freiburg hieß der Verein, Polizeisportverein. Und das war mein erster Verein, ja. Welche Eigenschaften hast du denn damals auf dem Bolzplatz so, ja, kennengelernt, beziehungsweise schätzen gelernt, von denen du heute noch profitierst? Ich glaube, dass du damals schon mitnehmen konntest, dass du dich halt auch durchsetzen musst, ne, auf dem Platz. Ja, wie oft haben wir gegen Ältere gespielt, die waren uns, stärkere, die waren uns körperlich überlegen. Und da hast du schon gelernt, so, ja, dich durchzusetzen, ne, so, ja, wie soll ich sagen, so, friss oder stirb sozusagen, ne. Du musstest halt dich wehren gegen körperlich, stärkere und, ja, so, das hast du auf jeden Fall, habe ich mitgenommen. Das hilft dir auch, glaube ich, auch jetzt immer noch weiter. Hättest du denn damals auf dem Ascheplatz gedacht, dass du, ja, dass du mittlerweile elf Profistationen kommst, haben wir mal recherchiert, und, ja, auf diese lange Zeit zurückblicken kannst im Profifußball und, ja, beziehungsweise war es denn schon immer dein Ziel, mit dem Fußball auch Geld zu verdienen, beziehungsweise sein Hobby zum Beruf zu machen? Klar, als Kind ist dein Wunsch, ja, Fußballspieler zu werden, ne. Ich weiß noch, als ich ein kleiner Junge war, hast du immer davon geträumt, boah, wie wäre das, wenn du mit Fußball, wenn das dein Beruf ist, du fährst zum Training, machst das, was du liebst, ja, kannst auch eventuell auch für deine Familie sorgen, finanziell, und das war natürlich ein Traum. Klar, den zu verwirklichen ist nicht einfach, da gehört auch ein Quäntchen Glück dazu, und natürlich auch der Wille, es halt unbedingt zu wollen, ne, weil Talent haben, viele Spieler oder viele Jungs haben Talent, aber am Ende, wie gesagt, brauchst du auch das Quäntchen Glück und auch den Willen, vielleicht mehr zu machen, als die anderen Kinder oder Jungs, um dann diesen Traum zu verwirklichen, Profi zu werden, ne. Genau, und Profi bist du jetzt schon seit anderthalb Jahren bei uns in Magdeburg. Ja, anderthalb Jahre bist du da, ich glaube, schon eine gute Zeit, um sich gut einzuleben. Inwiefern hast du dich hier eingelebt, beziehungsweise wie gefällt dir das Leben allgemein in unserer Stadt? Ich habe mich sehr gut eingelebt, ne, also ich fühle mich auch wohl hier, es ist jetzt keine riesengroße Stadt, aber ich meine, ich bin auch in so einer Stadt aufgewachsen, Freiburg ist, glaube ich, ungefähr gleich groß wie Magdeburg. Man hat hier schöne Ecken, man kann hier auch gut essen gehen, die Leute, finde ich, sind freundlich und offen. Und, ja, klar, hat man sich persönlich jetzt noch wohler gefühlt vor der Corona-Zeit, weil natürlich man ja ein bisschen mehr Freiheiten hatte. Und dazu kommt natürlich auch noch, man hatte ein bisschen mehr Freude bei den Spielen, weil natürlich die Zuschauer im Stadion waren und das war natürlich immer ein besonderes Erlebnis. Und, ja, ich hoffe natürlich, dass es bald wieder der Fall sein wird. Du bist ja so ein Typ, dich zieht es häufig auch mal in andere Großstädte. Nach Hamburg oder nach Berlin sieht man häufig, dass du dahingehend unterwegs bist. Was reizt dich an solchen Metropolen? Ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich fühle mich wohl in so Großstädten. Ich habe ja auch in Frankfurt, Düsseldorf gewohnt, Nürnberg ist eigentlich auch eine sehr große Stadt. Und, ja, ich weiß nicht, man hat halt viele Möglichkeiten. Ich bin schon, sag ich mal, ein Lebemensch, der auch gerne in Essen geht oder sich mit Freunden was unternimmt. Und ich bin jetzt kein Mensch, der sich jetzt nur zu Hause einschließt. Und darum hast du halt in so Großstädten halt mehr Möglichkeiten, mehr Potenzial. Und darum, ja, nutze ich auch die Möglichkeit, wenn es sich ergibt und wir frei haben und ich nicht so kaputt bin, dann fahre ich auch gerne mal nach Berlin oder Hamburg. Mein Bruder lebt jetzt da und, ja, genieße dann die freie Zeit, sag ich mal. Du sprichst es gerade an, dein Bruder Klaus, der lebt in Hamburg, spielt beim HSV. Wie geht es dem, beziehungsweise wie intensiv ist euer Austausch noch? Was erzählt er so über den HSV? Schafft der HSV den Aufstieg diesmal? Ich hoffe, natürlich. Ja, wir haben ein sehr gutes Verhältnis, telefonieren eigentlich täglich oder alle zwei Tage. Ja, wir sind wirklich sehr eng in den letzten Jahren, noch enger zusammen so, ja, gewachsen, sag ich mal. Und ich als älterer Bruder habe natürlich auch Verantwortung für meinen jüngeren Bruder. Das ist bei uns in Albano. Ich höre dir auf. Ja, das ist so. Und viele Entscheidungen auch, wo er getroffen hat, war ich auch, ja, sag ich mal, sein Ansprechpartner. Weil ich natürlich der Ältere war. Ich war halt früher auch im Profigeschäft und er hat sozusagen immer auf mich aufgeschaut und hat sich immer mit mir befasst und hat sich immer auch Tipps und Informationen geholt. Und wie gesagt, der Austausch ist sehr gut. Er war jetzt leider ein paar Wochen verletzt, ist aber jetzt wieder im Mannschaftstraining und ich hoffe, dass er, ja, dem HSV noch helfen kann, damit sie den Aufstieg dann am Ende schaffen. Blicken wir mal auf dich und deine sportliche Situation. Ja, zu Beginn des Jahres 2021 hattest du ja einen recht schweren Stand, hast wenig Einsatzzeiten bekommen. Wie hast du die Situation erlebt? Ja, natürlich war für mich auch eine neue Situation. So extrem hatte ich das in meiner ganzen Laufbahn noch nicht. War auch was Neues für mich. Ja, man sieht halt immer wieder, dass im Fußball halt immer wieder Situationen kommen, die neu für einen sind, auch in meinem Alter. Und klar war es eine schwierige Situation für mich. Ich liebe Fußball, ich will natürlich auf dem Platz stehen, der Mannschaft helfen, so gut ich kann. Klar war die Situation, wie gesagt, sehr schwer für mich und ich musste das halt am Ende akzeptieren, so wie es war. Habe trotzdem aber weiter Gas gegeben, auch für mich selber, damit ich auch in einem guten Zustand, Fitnesszustand bleibe. Weil im Fußball geht es oft schnell, wie man sieht, Situationen können sich jede Woche ändern und das ist halt wichtig. Das sage ich auch an die jungen Spieler, wenn die enttäuscht sind, wenn sie mal nicht spielen oder nicht im Kader sind. Weil es ist ein Tagesgeschäft Fußball. Heute ist es so, morgen kann es wieder ganz anders aussehen. Darum muss man immer für sich selber einfach das Maximum geben im Training in erster Linie und dann sich anbieten, damit man wieder die Chance kriegt. Wie nachdenklich hat dich diese Phase gemacht für dich persönlich? Zweifelt man da vielleicht an sich oder an den Umständen? Ja, man denkt natürlich nach. Ich bin generell ein Mensch, der viel nachdenkt. Auch nach Spielen, auch wenn ich spiele, was war gut, was war nicht so gut, was hätte ich besser machen können oder was kann ich noch mehr beeinflussen? Auch jungen Spielern gegenüber, was kann ich mit denen sprechen, wie kann ich dafür sorgen, dass gute Stimmung ist in der Mannschaft. Das sind alles so Faktoren, die ich persönlich auch immer im Kopf habe. Und klar, man denkt nach, man denkt sich vielleicht in erster Linie, was macht man falsch oder was kann man besser machen, um wieder reinzukommen. Ich habe trotzdem, wie gesagt, Gas gegeben. Ich habe auch der Mannschaft signalisiert, ich bin für die Mannschaft da, auch wenn ich momentan leider nicht auf dem Platz stehen darf. Aber wenn ich gebraucht werde, bin ich da. Jetzt bist du wieder da auf dem Platz, Chef-Trainer Christian Tietz, der hat dir viele Einsatzzeiten gegeben in den vergangenen Spielen. Was war das für ein Moment für dich? Wie sehr hast du darauf gebrannt, wieder auch mal von Beginn auf dem Platz zu stehen? Klar, das war gefühlt eine Ewigkeit, wo ich nicht mehr auf dem Platz stand. Man hatte irgendwann ein bisschen dieses Feeling, dieses Gefühl verloren, so am Wochenende das Spiel, dass man brennt auf dem Spiel, weil es sich halt über Wochen hinweg dann gezogen hat, dass man, ja sag ich mal, nicht berücksichtigt wird. Und klar, dann kam der Moment, dass ein neuer Trainer vorgestellt wurde. Das war, ja, ich glaube, für alle wieder ein Zeichen, dass es eigentlich wieder bei Null losgeht. Jeder hat wieder die Chance, sich zu beweisen, sich zu zeigen, dem Trainer, ja, zu zeigen, dass man spielen will. Und ich habe die Situation so angenommen und, ja, so genutzt für mich, damit ich, ja, wieder meinen Platz in der Mannschaft bekomme. Offensichtlich hast du dich ja gut gezeigt. In den letzten Wochen stehst du jetzt wieder auf dem Rasen. Was genau verlangt denn Cheftrainer Christian Tietz von dir? Ja, natürlich. Ich bin ja, ich spiele ja auch auf einer Position im Zentrum, im Mittelfeld, wo man auch natürlich viel kommunizieren muss mit den Spielern, viel dirigieren muss. Und auch meines Alters, geschuldet, sag ich mal, verlangt er von mir auch natürlich, dass ich Verantwortung übernehme auf dem Platz, aber auch neben dem Platz in der Kabine. Und ich hatte viele gute Gespräche mit ihm und probiere natürlich, das umzusetzen, was er von mir oder am Ende von uns allen verlangt. Und ich glaube, dass er eine sehr gute Philosophie hat. Es hat ein bisschen Zeit gebraucht, bis die Mannschaft das auch verinnerlicht. Verinnerlicht, sorry. Und ich glaube, dass wir jetzt in den letzten drei Spielen auf einem guten Weg sind. Aber wir müssen jetzt weitermachen. Ich glaube, dass da auf jeden Fall noch mehr Luft nach oben ist und dass das mit der Zeit auch noch besser wird. Und wichtig ist halt, dass wir uns mit Punkten belohnen dann. Stichwort Verantwortung. Du hast es schon angesprochen, du siehst dich da in der Pflicht, auch die Mannschaft zu unterstützen, auf dem Platz und in dem Platz. Wie muss man sich das bei dir vorstellen? Bist du denn ab und zu mal jemand, der das Wort ergreift vor der Mannschaft? Oder nimmst du dir hier und da vielleicht mal einzelne Spieler beiseite? Beides. Natürlich, wenn mir irgendwas auffällt, auch vielleicht, dass Spieler enttäuscht sind oder vielleicht Sachen machen, die ich anders sehe, dann spreche ich auch mit ihm persönlich und sage denen auch meine Erfahrungen, die ich erlebt habe. Und probiere denen natürlich da zur Seite zu stehen und natürlich auch vor der Mannschaft, vor dem Spiel, im Spiel, gewisse Situationen, die man einfach ansprechen muss. Und dann muss man auch halt mal vielleicht lauter, sage ich mal, das ansprechen. Das gehört im Fußball dazu und das mache ich dann natürlich auch. Schwenken wir mal zu einem gesellschaftlichen Thema kurz rüber, nämlich zur Corona-Pandemie. Die hat uns ja alle noch ein Stück weit fest im Griff. Wie froh ist man da als Fußballer, du jetzt generell, dass man überhaupt noch seinen Job ausüben kann? Denn in vielen anderen Branchen sieht es ja tatsächlich leider anders aus. Ja, sehr froh natürlich. Ich glaube, man genießt auch die Zeit beim Training oder während der Spiele, weil ansonsten wärst du praktisch den ganzen Tag nur zu Hause. Und natürlich sind alle Profifußballer oder alle Fußballer froh, die ihren Job noch nachgehen können. Ich finde das toll natürlich und hoffe natürlich trotzdem, dass es bald auch für die anderen Menschen auch so gilt, dass sie auch alle ihre Berufe wieder ausüben können. So, dass du bald wieder mal ein Restaurant besuchen kannst? Das auch natürlich, ja. Seit mittlerweile über 16 Jahren bist du jetzt aktiv im Profifußball und wir müssen sagen, wir haben auch immer den Eindruck, du kennst irgendwo immer mindestens einen aus dem gegnerischen Team. Ist es nur so, eine Wahrnehmung von uns oder ist es tatsächlich so? Und da würde uns natürlich mal interessieren, wie groß ist denn deine Trikotsammlung? Ja, natürlich über die ganzen Jahre lernt man viele Menschen kennen, auf dem Fußballplatz, aber auch neben dem Fußballplatz. Da kenne ich auch sehr, sehr viele Menschen, weil man viel rumgekommen ist halt und natürlich überall dann seine Beziehungen, seine Kontakte hat. Ich glaube, das ist auch wichtig im Leben, Kontakte zu haben und auf dem Fußballplatz natürlich auch. So, klar, ich bin jetzt in einem Alter, da sind viele, ja, eine neue Generation da mit vielen jungen Spielern, die kenne ich in den meisten Fällen jetzt nicht, aber so generell kenne ich natürlich sehr, sehr, sehr viele Fußballer und da sind auch Freundschaften entstanden. Trikotsammlungen, ja, habe ich schon viele, aber jetzt nicht so viele, aber natürlich von den Jungs, mit denen ich gut bin oder wo ich ja befreundet bin, wenn man gegeneinander spielt, tauscht man natürlich die Trikots aus und das ist ja auch eine Erinnerung, die man für später dann auch hat. Gibt es da ein Trikot, auf das du besonders stolz bist oder dass dir eine Menge wert ist? Ich wollte damals unbedingt von Messi ein Trikot, als wir, das war 2008, mit Basel gegen Barcelona gespielt haben. In der Champions League. Genau, und dann habe ich halt nach dem Spiel gesehen, dass die ganzen Spieler von uns hin sind und unbedingt Trikot wollten, nicht nur von ihm natürlich und ein paar auch so abgewiesen wurden und da ich halt, ja, so ein bisschen so ein stolzer Mensch bin, habe ich mir dann gedacht, bevor ich hingehe und der sagt zu mir, nein. Du wolltest dich nicht aufdrängen. Genau, habe ich es dann sein gelassen, aber ich muss mal überlegen, von wem ich irgendein Trikot habe. Die meisten Sachen lasse ich bei meinen Eltern, da ist halt die ganze Sammlung von Trikots. Ich müsste jetzt nochmal genau gucken, ich will jetzt keinen Namen sein. Reißt du später nach, ja? Genau, ich muss mal gucken, von wem über die Jahre sich da was, was sich alles gesammelt hat und es sind bestimmt ein paar interessante Trikots auch dabei. Seit 2004 bist du dabei im Profifußball? Also schon eine lange, lange Zeit. Bietet sich bei dir nämlich auch die Frage an, einfach mal zu schauen auf den deutschen Fußball. Ja, was würdest du sagen, inwieweit hat sich der Fußball verändert? Du hast es ja schon angesprochen, es ist ein sehr, sehr schnelllebiges Geschäft geworden oder war es vielleicht auch schon immer. Was würdest du sagen, was ist so am prägnantesten, was hat sich verändert? Klar, der Fußball ist anders geworden, ist schneller geworden, glaube ich. Auch, ich meine, jetzt bin ich schon so lange dabei. Es ist auf jeden Fall intensiver geworden, schneller. Es ist dynamischer geworden. Sag mal nur, wo ich ein junger Spieler war, gab es oft so diese zum Beispiel typischen Spielmacher, so die Zehner, sag ich mal. Das gibt es heutzutage kaum noch mehr, weil es ist einfach alles, es sind mehr jetzt diese Box-to-Box-Spieler, wo einfach auch defensiv gut arbeiten müssen, aber auch Power nach vorne haben müssen. Es gibt nicht mehr diese Spieler, wo auf dem Platz sich rausnehmen können, sag ich mal, und nur auf ihre offensive Qualität sich beherrschen. Ja, und das ist halt, ich glaube, das ist alles so enger zusammengerückt. Ich glaube auch, dass früher man eher sagen könnte, wenn jetzt Bayern München gegen einen Mann spielt, wo du sagen konntest, sicher, das Spiel geht so und so aus. Und ich glaube, das hat sich entwickelt. Die kleineren Vereine sind besser geworden, weil sie auch bessere Bedingungen haben und haben sich alle weiterentwickelt. Das gilt auch, finde ich, für die Nationalmannschaften, dass es alle einfach auch, es ist einfach näher zusammengerückt, glaube ich. Das ist auf jeden Fall ein Faktor. Und was noch dazu kommt, dass viele, sehr viele junge Spieler auch mehr ihre Chance bekommen. Das war, als ich noch ein junger Spieler war, ein bisschen schwieriger. Da gab es weniger, ja, 18, 19, 20-Jährige. Und in den letzten Jahren hat sich das, glaube ich, sehr entwickelt, dass viel auf junge Spieler gebaut wird, gesetzt wird, weil die auch die Qualität natürlich haben, weil sie auch eine bessere, sage ich mal, ja, schneller sich entwickeln, weil sie auch bessere Möglichkeiten haben. Die Jugendarbeit, glaube ich, wird immer besser. Und die jungen Spieler sind einfach früher weiter als damals, glaube ich. Vielen Dank, Jasu, für deine Einschätzung. Dahingehend sind wir schon fast am Ende unseres ersten Teils. Zum Abschluss möchten wir gerne noch wissen, ob du denn schon Planung hast für die Zeit nach deiner aktiven Karriere. Erstmal will ich, wenn es geht, noch so lange wie möglich spielen. Gibt es da eine Obergrenze bei dir? Ne, also ich gucke halt, wenn ich irgendwann selber merke, es geht nicht mehr, bevor ich dann, ja, bevor die Leute dann sagen, was ist das für eine, also höre ich vielleicht wahrscheinlich selber auf, ne, auch einen gewissen Stolz. Aber solange ich das Gefühl habe, dass ich, ja, sag ich mal, der Mannschaft, in der ich spiele, noch Impuls geben kann und auch gewisse Qualität mitgeben kann, dann versuche ich, solange ich kann, noch zu spielen, weil, ich meine, das hast du dein ganzes Leben lang gemacht. Und ich habe auch Freunde von mir, die aufgehört haben, die mir gesagt haben, spiel so lange du kannst, weil es ist das Schönste auf der Welt. Und, ja, das erstmal dazu. Und nach dem Fußball bin ich mir auch noch nicht zu 100 Prozent sicher. Ich würde gerne was weiterhin im Fußball bleiben. Ich weiß nicht, ob es in Richtung Trainer ist, ob es in Richtung Berater ist. Ich habe ja auch ein paar Agenturen, mit denen ich sehr gut bin und die auch mir gesagt haben, dass ich nach meiner Karriere auch da einsteigen kann. Ob es als Scout ist, ob es als Spielerbetreuer ist, wie auch immer. Da bin ich eigentlich recht offen. Vielleicht mache ich auch mit meinem Bruder zusammen noch nebenbei irgendwas auf, einen Kaffee oder sowas in der Richtung. Sowas könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Besten Dank, Josu, hier erstmal an der Stelle für den ersten Teil. Wir kommen gleich noch mit dem zweiten Teil, wo wir dir ein paar kurze Fragen stellen werden. Aber besten Dank erstmal bis hierher. Sehr gerne.